Ja, liebe Freunde, falls ihr noch keine Möglichkeit habt, eure XTC von der Börse zu ziehen und vernünftig abzuspeichern, ich nutze dafür das Decent Wallet und ihr erhaltet nach wie vor 30% Nachlass darauf. Link zum Produkt und auch einen Link zu dem Produkt Review findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt, let's go! Einen wundervollen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Wochenreport. Es ist mal wieder soweit, die Wochen verfliegen. Wir sind schon wieder im Mai, 1. Mai, also der Tag der Arbeit, fällt dieses Jahr leider auf einen Sonntag. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr einen richtig schönen Tag verlebt und ich werde mit euch einiges besprechen, dass wir auch im Cryptospace auf dem neuesten Stand bleiben. Wir gucken uns mal an, was da momentan abgeht. Natürlich viel Negatives aktuell, der Kurs will nicht wie wir, aber ich habe ein paar positive Dinge, die ich mit euch besprechen werde. Der wird euch gleich mal zeigen, inwieweit wir gerade in einem sehr interessanten Tagesfenster sind. Also alle 50 Tage passiert etwas Interessantes und wir stehen kurz davor. Außerdem die Crypto-News der Woche und es gibt ein Thema, das momentan so ein bisschen kursiert und der eine oder andere von euch hat mich auch schon darauf angesprochen. Alex, was hat das mit diesen Miami-Coin und diesen City-Coins auf sich? Ich werde euch mit Hilfe dieses Artikels mal kurz und knapp nahe bringen, worum es bei diesen City-Coins geht und inwieweit das vielleicht für die Zukunft mal ein sehr, sehr spannendes Thema sein kann. Und es gibt nochmal ein schönes neues Update zu XRP, also bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, ihr Lieben. Ja, beginnen wir mit dem Markt. Der Markt läuft wie die letzten Wochen leider nicht besonders gut. Wir haben 4% der Minus bei Bitcoin, aber was gut ist, wir haben nach wie vor die von mir anberaumte 37.000-Marke gehalten. Und diese 37.000-Marke, aktuell sind wir ziemlich genau bei 38.000, ist meiner Meinung nach eine Schlüsselkomponente, wenn wir herausfinden wollen, in welche Richtung das Ganze jetzt gehen wird. Meine persönliche Annahme ist, dass die 37.000-Dollar-Marke definitiv nochmal getestet wird. Ihr seht nämlich, dass sie eine sehr, sehr entscheidende Rolle gespielt hat in der Vergangenheit. Hier war es noch ein richtiges Chaos, wir sind durchgebrochen, wieder zurückgekehrt und so weiter. Hier war es schon etwas genauer, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 mehrere Berührungspunkte auf jeden Fall und da schon mal gesehen, okay, der Kurs respektiert diese wichtige psychologische Hürde. Der Markt die mit weniger Volumen, ihr seht es auch hier mit weniger Volumen. Also wir sehen, wir tänzeln so ganz langsam in die Richtung, aber so richtig bestimmend, als wären die Bären jetzt komplett in der Übermacht, sieht es nicht aus. Ganz im Gegenteil, ich glaube, wir werden hier nochmal den Boden testen und dann ein drittes Mal diesen Boden bestätigen. Wir befinden uns nach wie vor in der Vollmondphase, wo jetzt noch der Auftrieb fehlt, den wir normalerweise von der Vollmondphase kennen. Und jetzt möchte ich euch mal was dazu zeigen, was mit diesem 50-Tages-Rhythmus zu tun hat. Also, am Beginn tun wir mal bei diesem sehr auffälligen Docht nach unten, also das ist definitiv starke Manipulation, wie ihr seht. Wir haben also hier eine relativ krasse Rallye gehabt, ja, und gefolgt dann von einem Extrem-Ausverkauf, der dann eben bis zu gewissen Punkten runtergegangen ist, und zwar eigentlich genau zu dem Punkt, wo wir gestartet sind, diese Extrem-Ausschläge nach unten. Deshalb habe ich hiermit mal begonnen, also wir nehmen jetzt mal den und gehen zum nächsten Extrem-Ausschlag hier. Da seht ihr, es sind 51 Balken, da wir im Tages-Chart unterwegs sind, sind es also 51 Tage. Wenn wir von diesem Punkt aus jetzt wieder 51 Tage weitergehen oder 50 Tage weitergehen, seht ihr, sind wir eigentlich am letzten Tiefpunkt, bevor die Wende kam. Das heißt, wir haben von hier aus nach hier aus 50 Tage gehabt, und nach dem 50. Tag war eigentlich so der Moment des Umschwungs. Ihr seht, danach kam eine Trendwende. Von diesem Punkt zu diesem Punkt haben wir nach etwas bullischem Momentum wieder erlebt, dass es eine Korrektur gab, und hier wieder die Bodenbildung, die dann nach 50 Tagen wieder dazu geführt hat, dass wir einen Trendwechsel erlebt haben nach oben hin. Und von diesem Punkt hier, wo das letzte Mal die Trendwende stattfand, bis zum heutigen Tage, beziehungsweise bis morgen, sind wieder 50 Tage. Also ich gehe sehr stark davon aus, dass wir mit so vielen Indikatoren, die eigentlich für ein bullisches Momentum von Bitcoin sprechen, eigentlich damit rechnen dürfen. Erstens, die Mehrheit da draußen ist absolut bearish. Die Newsartikel finden aktuell keine vernünftigen, bullischen News. Und es gibt so viele Indikatoren, die meiner Meinung nach für einen bullischen Trendwechsel sprechen, oder einen Trendwechsel ins bullische Momentum sprechen. Und zwar erstens, wir haben, wenn wir uns hier mal anschauen, den RSI relativ niedrig. Der MACD nimmt immer mehr ab an Volumen, und wir sehen es hier, meistens, wenn wir abnehmen, das Volumen im roten Bereich haben, kommt dann endlich der grüne Bereich. Also das ist auch sehr naheliegend, zumal wir hier jetzt mal eine sehr lange rote Phase hatten. Also ich gehe davon aus, das wird sich relativ schnell wieder ändern, und wir werden in einem grünen Bereich sein. Dazu kommt, wir befinden uns aktuell im Vollmond. Und, was ganz wichtig ist, der Crypto Fear & Greed Index ist wirklich nach wie vor einem sehr, sehr ängstlichen Territorium. Und wenn man was gelernt hat in den letzten Jahren dann, dass die Mehrheit meistens falsch liegt, und dass dann, wenn wir ganz tief im roten Bereich sind, irgendwann eine extrem erlösende grüne Kerze kommt. Wir sagen hier immer so schön, dass der Knoten dann wieder platzt, ja. Und genauso ist es auch im umgekehrten Bereich. Wenn wir zu grün sind, und die meisten Leute glauben, ey, du kannst jetzt reintun in den Pott, was du willst, verdoppelst dein Geld alle zwei Stunden. Dann haben wir meistens den Moment erreicht, wo wir kurz davor sind, dass eine dicke, fette, rote Kerze auf uns lauert. Also das ist einfach die Psychologie, und die setzt sich in jeder Marktphase durch. Und auch die Altcoin Season, also der Altcoin Season Index zeigt ganz klar, absolut bearish, absolut ängstlich. Eigentlich hat das nichts mit Altcoin Season zu tun, und genau das ist eigentlich der Moment, wo dann irgendwann die Market Maker das Ruder rumreißen, und wir dann eben plötzlich extreme Anstiege verzeichnen, und dann eher umgekehrte Psychologie stattfindet. Nämlich dann die Menschen, obwohl die Kurse steigen, immer noch so ein bisschen missmutig sind. Dann, hm, wird das jetzt wirklich so bleiben? Ist das nur eine Falle? Und genau darum geht es. Ihr erinnert euch vielleicht an die C-Krise, an diesen riesigen Abverkauf. Dann gab es ja relativ schnell diese V-Shape Recovery, also eine direkte Erholung. Und ich weiß noch, jeder im Umfeld hatte gesagt, Mensch, das ist noch nicht das Ende, das kommt noch viel düsterer. Und das haben wir aktuell auch mit der politischen Lage. Viele Leute sagen mir, schau dir die Aktienmärkte an, schau dir die kriegerischen Ereignisse an, die da passieren. Und das wird alles nicht besser, und von daher müssen wir davon ausgehen, dass es noch viel, viel schlimmer wird. Und wenn alle Menschen der Meinung sind, dass alles viel, viel schlimmer wird, dann haben wir meistens genau das Gegenteilige, was passiert. Also, lasst uns auf jeden Fall gespannt dranbleiben. Gestern hatten wir noch eine partielle Sonnenfinsternis. Ich bin mal gespannt, inwieweit das Ganze auch vielleicht noch Auswirkungen hat. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt mal in die Krypto-News der Woche. Es gibt einige spannende News. Ein bisschen was habe ich euch ja schon erzählt, also, falls du Lust hast, schau dir gerne noch mal das Video an. Dort haben wir über XRP gesprochen, sehr, sehr spannende Geschichte und außerdem natürlich auch über die Verkürzung dieser 10-Jahre-Haltefrist. Schau dir das gestrige Video an. Elon Musk kauft Twitter und schickt Dogecoin auf Achterbahnfahrt. Ja, beschlossene Sache, der Deal zwischen der Social-Media-Plattform und dem reichsten Menschen der Welt steht. Für 44 Milliarden Dollar erwerbt der 50-Jährige in den Kurznachrichtendienst. Übrigens, für alle, die es interessiert, morgen werde ich ein sehr, sehr cooles Reaction-Video machen bei Patreon auf Watersabove Crypto. Dort geht es unter anderem auch um Elon Musk und inwieweit das vielleicht gar nicht so unberechenbar ist, was da gerade alles passiert. Und so weiter, also, wenn du dich für sowas interessierst, der neue Monat hat gerade gestartet, ich würde mich sehr freuen, dich bei Patreon begrüßen zu dürfen. Und bin mir sicher, der Rest der Patreons freut sich auch bereits auf dich. Der Dogecoin-Kurs hat auch gleich ordentlich angezogen, ungefähr 25% in der Spitze, weil natürlich viele jetzt damit rechnen. Wenn Elon das Ganze übernimmt, wird sicherlich auch für Dogecoin irgendeine Anwendung da sein. Ist jetzt auch nicht ganz so abwegig, von daher kann ich das schon verstehen, aber nachhaltig war es auf jeden Fall bisher nicht. Fidelity bringt Bitcoin in die Altersvorsorge. Der Vermögensverweiter Fidelity ermöglicht es nun, dass man in die Altersvorsorge investieren kann. Und Michael Saylor will das Ganze jetzt auch umsetzen und für seine Mitarbeiter im Laufe des Jahres auch eine Option anbieten. Also, es nimmt auf jeden Fall immer mehr Form an das Ganze. Edward Snowden als letztes Gründungsmitglied von Zcash offenbart. Tja, das ist mal eine krasse Geschichte. Angeblich soll Edward Snowden unter dem Pseudonym John Debertine einer derjenigen gewesen sein, die Zcash ins Leben gerufen haben. Er soll einer der Entwickler sein. Und dann macht es jetzt auch für mich Sinn, warum er immer so positiv von Zcash gesprochen hat und meint, neben Bitcoin ist eigentlich Zcash das einzig Wahre für ihn. Jetzt verstehe ich das Ganze auch warum. Schreib mir gerne mal deine Meinung in die Kommentare. Glaubst du, dass Privacy Coins eine Zukunft haben? Oder glaubst du, dass wir in so einem Staatenkonstrukt, wie es momentan der Fall ist, eigentlich gar keinen Platz haben werden für irgendwas mit Anonymität oder Privatsphäre? Finanzministerium streicht Kryptohaltefristverlängerung von 10 Jahren. Das ist wohl die beste News dieses Jahr für uns alle. Gute Nachrichten für Staking und Landing. Die Haltefristverlängerung wird von 10 Jahren auf ein Jahr reduziert. Das ist also egal, ob ihr staked, ob ihr das Geld verleiht oder ob ihr es einfach nur hodelt, dass es für alle gleichermaßen gilt. Das ist also egal, ob ihr jetzt ein Jahr lang gehodelt habt oder ein Jahr lang gestaked habt. Dann ist es eben steuerbefreit. Und das ist natürlich extrem krass, gerade für diejenigen, die das Ganze beruflich machen möchten. Denn bisher war Staken auf professioneller Ebene sehr, sehr schwierig, weil man eben 10 Jahre lang quasi die Rewards erstmal einbehalten muss, um dann irgendwann seine Steuer dafür zu bezahlen. Und jetzt ist das Ganze einfach stark vereinfacht. Ich glaube aber trotzdem, das hier ist nur die Fassade. Es wird am Ende wahrscheinlich so kommen wie in Österreich, dass die uns ohnehin einen festen Steuersatz reinhauen werden. Diese ein Jahr Steuergeschichte sowieso vom Tisch sein wird. Also ich glaube, wir sollten uns hier nicht zu früh freuen, aber insgesamt auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Neuigkeit für uns Deutsche. Goldman Sachs vergibt ersten Kredit mit Bitcoin als Sicherheit. Nicht nur Fidelity, auch Goldman Sachs macht jetzt richtig ernst. Wall Street geht wieder einen Schritt Richtung Krypto. Der Investmentriese Goldman Sachs soll nun den ersten Kredit mit Bitcoin als Sicherheit vergeben haben. Ist natürlich nur eine kleine Geschichte, aber trotzdem sehr interessant. Also, laut Bloomberg hat Goldman Sachs den ersten mit Bitcoin besicherten Kredit vergeben. Das heißt also, jemand hat Bitcoins hinterlegt, um dafür Fiat-Geld zu erhalten. Und das ist natürlich mal ganz klar Flagge zeigen für Krypto. Und das ist dementsprechend natürlich sehr, sehr bullish. Außerdem eine weitere Bank, die schon seit Längerem so arbeitet, ist Silvergate Capital. Die sind diejenigen, die die Kohle für Michael Saylor auftreiben, damit er mit MicroStrategy einkaufen kann. Also ihr seht, neben Fidelity nun auch Goldman Sachs und natürlich auch BlackRock alle extrem bullish, was Kryptowährungen anbetrifft. Und das, obwohl sie doch eigentlich immer so skeptisch waren. Und Bitcoin ist a scam, Bitcoin ist a fraud. Plötzlich scheinen sie eine 180-Grad-Wende gemacht zu haben. Und wer jetzt immer noch glaubt, das sei einfach nur Träumerei von mir, dass ich glaube, dass wir relativ zügig bald wieder bullisches Momentum erleben werden, das soll sich das doch bitte einfach anschauen. Denn der Markt läuft eigentlich genauso, wie wir uns das vorstellen. Immer mehr Anwendbarkeiten, immer mehr Adaptionen, immer mehr Lösungsansätze, die da draußen kommen. Nur der Kurs spielt nicht mit. Also von daher, bleibt bei den Fundamentals. Lasst euch hier nicht raus ekeln. Ich werde auf jeden Fall Flagge halten. Und jeder, der von euch Bock hat, kommt in die Telegram-Gruppe. Wir tauschen uns aus. Wenn jemand mal einen schlechten Tag hat, wir sprechen darüber. Aber lasst euch auf jeden Fall nicht rausfahrten aus diesem geilen Kryptomarkt. Citycoins, was bringt das eigentlich? Ja, Miami Coin & Co. Citycoins sind Kryptowährungen, die bereits drei US-amerikanische Städte unterstützen und Stadtplanungsprojekte finanzieren. Bürger profitieren direkt durch das Mining der Coins und indirekt auch durch den Ausbau. Jetzt mal kurz dazu, was es ist. In Miami hat der Bürgermeister Francis Suarez immer wieder betont, dass die Stadt die Krypto-Hauptstadt der Welt sei. Gründe dafür sind zum Beispiel die Ansiedlung von eToro oder Blockchain.com in seinen Augen, die Verlegung der Bitcoin-Konferenz in die Stadt und auch die Einführung des Miami-Coins. Und das ist ein sogenannter City-Coin. Und ich erkläre euch, was er macht. Also dieser Coin, in diesem Fall Miami-Coin, Mia, ist der erste City-Coin auf dem Markt und kann seit Juni 2021 gehandelt werden. Er ist ein Token, der auf dem Stacks-Protokoll basiert. Miami-Coin und die anderen City-Coins können von Einzelpersonen, die ihre Lieblingsstadt unterstützen wollen und gleichzeitig Kryptoerträge erzielen wollen, gemintet und gekauft werden. City-Coin stellen eine laufende Krypto-Einnahmequelle für die Stadt dar. Ähnlich wie bei Steuergeldern soll die Einnahmen aus dem Projekt dann wiederum in die Stadt zurückfließen. Infrastruktur soll verbessert werden, Werbung für die Stadt, Start-ups sollen gefördert werden und so weiter. Wenn das Wachstum von Miami-Coin anhält, so Befürworter der Technologie, würde das zu einer Zukunft führen, in der der gesamte Stadthaushalt durch die Mia gedeckt werden würde und somit könnten Steuern wegfallen. Ja, sehr schöne, utopische Vorstellung, aber wir wissen glaube ich alle, dass selbst wenn Steuern eigentlich nicht mehr nötig wären, trotzdem Politiker schon Gründe dafür finden werden. Und wie funktioniert das Ganze im Prinzip so ähnlich wie bei Bitcoin? Es gibt einen Mining-Prozess, der dahinter steckt. Und alle, die das Rätsel lösen, haben die Chance, so einen City-Coin zu gewinnen, aber es gibt immer nur einen Gewinner pro Block. Am Ende geht es natürlich ein bisschen um Rechenpower, aber auch ein Stück weit um Glück und von daher eine sehr, sehr coole Nummer. Ich denke mal, das wird auch noch größer werden, das ganze Thema. Aber ob das uns wirklich weit nach vorne bringt, wenn wir in sowas investieren, oder ob das nicht viel eher den Städten neue Einnahmen bringt, ohne viel zu tun. Naja, wir werden mal schauen, wie das Ganze läuft. So ein 30, 40 Jahre nochmal in Deutschland an. Und dann werden wir mal sehen, wie das hier bei uns läuft. Ripple, Rekordgeschäft laut CEO Garlinghouse, aber außerhalb der USA. Ja, momentan scheint sich das Ganze wieder so ein bisschen zu wenden, nachdem wir immer mal wieder gehört haben, die SEC schwitzt. Die SEC ist ein bisschen in die Ecke gedrängt und verschiebt und verschiebt und verschiebt. Ist es nun so, dass die Mainstream-Medien aktiv davon sprechen, dass Ripple verlieren würde? So hatte Bloomberg in diesem Interview gleich zu Beginn gesagt, oder die Reporterin gleich zu Beginn gesagt, ja, es ist ja offensichtlich, unsere Analysten haben schon rausgefunden, dass Ripple mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit verlieren wird. Und Garlinghouse hat ja nur so gelächelt und gesagt, mhm, ist klar. Aber dann ging es in dem Interview natürlich um viel Wichtigeres. Und zwar ging es darum, wie sich so Ripple oder XRP die letzten Jahre entwickelt haben. Und es ging hier vor allem darum, dass Brad Garlinghouse ganz klar gesagt hat, dass XRP ein wesentlicher Teil von Ripple ist und definitiv etwas ist, was auch extrem gewachsen ist. Weil viele immer sagen, Ripple, ja, die haben die Partnerschaften, Ripple hat das Ripple-Net, aber was bitte hat das mit XRP zu tun? Und jetzt zieht euch das mal bitte rein. Brad Garlinghouse berichtet von Rekordgeschäften, auch mit XRP. Doch das Gerichtsverfahren in den USA blockiert bisher dort den dortigen Markt. In New York hat die Richterin nun den Zeitplan gestraft. Darüber habe ich euch ja am Freitag informiert. Wenn es für Ripple nicht den Mammutprozess mit der SEC geben würde, dann stünde das Unternehmen wahrscheinlich ganz woanders und hätte dann längst den Durchbruch geschafft. Das zumindest meint Garlinghouse in dem Interview. Konkret auf das Kerngeschäft von Ripple bezogen, sprach Garlinghouse von einer Verachtfachung der Umsätze im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr. Dabei meint er ausdrücklich Ripple-Net unter Einbeziehung von XRP durch On-Demand Liquidity. Also ODL hat eine wesentliche Rolle gespielt und da ist XRP ein wesentlicher Bestandteil. In dieser Anordnung vereinfacht Ripple für Banken und Finanzdienstleister grenzübergreifende Überweisungen. Da Ripple ein privates Unternehmen ist, muss es keine detaillierten Geschäftszahlen liefern. Dennoch haben sie bereits rausgehauen, dass bereits im Wert von einer Milliarde gehandelt wurde. Also ihr dürft euch darauf einstellen, wenn Ripple erfolgreich wird, wird XRP es ganz genauso und ihr dürft auch nicht vergessen, dass Ripple bzw. Ripple Labs der größte Hodler von XRP ist und wenn ihr Aktienhalter von einem Unternehmen werdet, wäre euch auch an diesem Erfolg dieses Unternehmens ganz besonders gelegen. Also von daher lasst euch da nicht rausfaden. Nutzt viel lieber mal die Gelegenheit, euch mit dem Projekt zu beschäftigen. Wir liegen aktuell bei ungefähr 60 US-Dollar-Cent, also unfassbar, wie krass das Ding gesunken ist und ich persönlich akkumuliere nach wie vor, freue mich über solche Kurse, damit ich den Hoddleback auffüllen kann. Und jetzt seid ihr gefragt, Bullish oder Bearish? Was haltet ihr von diesen City-Coins? Macht das auch hier in Deutschland Sinn? Und wie steht ihr zu Ripple und XRP? Seht ihr es genauso wie ich und mein Buddy Brad? Oder seht ihr das komplett anders und sagt, XRP hat gar nichts mit Ripple zu tun? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich bin für heute raus, wünsche euch einen genialen Start in die neue Woche, hoffe auf richtig geiles Wetter, für richtig schön Vitamin D und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was ihr Lieben, bis bald, ciao! Bis bald!